Fantasy Hero SPC von Juli kostet knapp 100.000, wir müssen nur 2 Teams abgeben. Ein 84er und ein 86er Team, Arbeitsrate hoch mittel, 4-steine Spezialbewegung und 4-steine schwacher Fuß. Die In-Game-Stats sehen gut aus. Tempo 92, Schuss 88, Passspiele 88, Dribbling 91 und Ausdauer 93. 8 Spielstile und 2 Spielstile plus, Blair und akrobatisch. Die Karte könnte richtig stark sein. Für 100k macht man nix falsch, machen.